Hallo und Willkommen hier zu Pokémon und zwar ist heute eine Challenge dran. Und zwar, was man, ich sag mal, gewinnen kann, ist ein Online-Code für schimmernde Legenden. Ich werde versuchen, mehrere Challenges zu machen, da ich auch mehrere solche Code-Karten noch habe. Und zwar, für jetzt, für die erste Challenge, bekommt man eine Online-Code-Karte schimmernde Legenden. Und was man tun muss, ist, zum Ersten, mich abonnieren, damit man auch wirklich weiß, wann das nächste kommt und so weiter und wann der nächste Challenge ist. Es ist natürlich in eurem Interesse. Dann, in den Kommentaren schreiben, einen Pokémon-Namen der ersten Generation und zwar ein bestimmtes Pokémon. Ich habe schon ein Pokémon im Kopf, dieses muss es sein. Und die zweite Regel ist, man darf nur ein Pokémon reinschreiben. Nur ein einziges darf man reinschreiben. Nach ca. einer Woche werde ich dann schauen, wer es erraten hat und den Gewinner dann einfach schriftlich zuschicken. Oder einfach fragen, welchen Namen er im Pokémon-Training-Kart-Game-Online hat. Ihn dann dort als Freund hinzufügen und ihm den Code dann dort per Nachricht schicken. Und ja, das ist die Challenge. Ich hoffe, ihr wisst, welches Pokémon ich suche. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Raten, weil es wird nicht so leicht sein, denke ich. Ich denke nicht, dass es so leicht sein wird. Und wie gesagt, Schimmende Legenden kann man hier gewinnen. Einfach nur in den Kommentaren schreiben. Und das war es eigentlich dann auch schon. Tja, dann bis zum nächsten Mal. Bei der Auflösung oder bei der nächsten Challenge, je nachdem. Ich werde natürlich den Gewinner dann in den Kommentaren schreiben und dann auch dort die näheren Details dazu. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Pokémon die Challenge.